Musik Und damit jetzt kommt mal wieder zu einer Runde Mario Party Ich dachte mir springt es jetzt heute wieder Weil es kam letztens richtig gut an Ich mein 14 Aufrufe innerhalb von einem Tag ungefähr Irgendwie so ist es jetzt etwas laut Da dachte ich mir das lohnt sich noch mal zu bringen nicht wie gehen aufrufen oder so Sondern ich will ja was bringen was euch gefällt und das sieht halt an der Aufrufen wenn ihr alle Mario Party anschaut was sowohl ihr am liebsten Mario Party anschaut Logisch Was sind wir denn hier 13 Gut Pferderinnen das fängt schon mal so schön an würde ich sagen Denn ich mag das Pferderinnen Oh ich hab ein Schimmel Ein weißes Pferd Schön Ich hoffe wir kriegen da jetzt Das ist extrem laut jetzt gerade Ich hoffe wir kriegen da jetzt eine schöne Runde zusammen Vielleicht so 2 oder 3 oder sowas Bei dem Spiel bin ich jetzt nicht schlecht Außer ich falle irgendwo rein Was ich gerade nicht tue So Das war ein bisschen Umweg aber gut das hole ich nochmal rein Das hole ich wieder rein Aktuell bin ich ja erster das freut mich auf jeden Fall sehr Muss immer schön schauen und dass man die Kurven so eng nimmt wie möglich Ich finde es immer lustig wenn da welche sagen Oh der hat viel schneller das Pferd Also was man immer wieder meint Dabei ist es einfach wie krass man eng die Kurven nimmt Weil die Pferde weil es wäre total beschert Wenn die es so machen würden dass die Pferde wirklich unterschiedliche Geschwindigkeiten haben Aber es ist wirklich einfach nur so wie knapp man die Kurven nimmt Oh kacke oh kacke oh kacke jetzt wird es knapp Jetzt bin ich auch noch hängen geblieben irgendwie Ja gut mit 2.0 gebe ich mich auch zufrieden So ist es ja nicht Ich muss nicht Erster sein Will ich jetzt aber noch Na egal schaffe ich leider nicht mehr aber gut Warum auch nicht Ich dachte schon jetzt was ist jetzt falsch Ich mein 2.0 Warum nicht Ich bin nur zweiter geworden Ja gut über Ja mal richtig ekelhaft hin und her Und dann BAM Und dann hier noch einen Block hängen geblieben Voll ein bisschen unnötig jetzt aber gut Und ich habe Internet lag Geil Geil Ich hänge bodenfest Haha Ich fahr halt das irgendwie Oh das Internet geht mir richtig auf die Nerven für Viga sowas Viga dem so Wo sind wir Schade TNT Run Das hatte ich jetzt falsch eine Weile nicht mehr das TNT Run Muss ich ganz ehrlich sagen Muss man wieder also mir ist schon mal auch passiert dass ich einfach äh stehen geblieben bin Nachdem der Countdown abgelaufen ist War nicht so toll Ich hoffe wir kriegen da auch was schönes zusammen Normalerweise schon Oh wäre ich beinahe schon das erste Reihe in den ersten Reihen gelaufen Da muss man natürlich aufpassen Vor allem gefährlich ist auch wenn dann die Wege abgeschnitten werden und so weiter Also Das ist natürlich leichte Zufallssache Wie gut man halt Oh Gott Die Wege findet und sowas Fies wäre es natürlich hier auch wenn es laggt oder wenn mein Internet kurz weg ist Oh Gott Die letzten Tage oft Oder eigentlich schon Wochen Oder sogar noch länger Ich weiß es nicht genau Wer Fuck Oh Juuu Junge ich hab jetzt nicht gedacht dass ich rüberkomm Komm 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 falls runter Ich springe nicht sonst selber noch in Tod kommen Ich weiß nicht ich hab nicht ich bin mir nicht sicher komm ich da noch irgendwie weg Nein war klar Vierer Sprung ist ekelhaft Ah gut wieder zweiter Und der Lockex Plays ist schon wieder erster ey Das geht so gar nicht War der nicht vorher auch erster Vierter Rennen Ne Äh doch erster schon aber zweiter meine ich Ja noch eine 4 habe ich nicht 4 und 4 jetzt gewürfelt Ich hab's jetzt nicht gesehen Duel Duel Wäre ja gespannt wie oft ich jetzt noch zweiter werde Noch mal zweite ich glaube ich nenne die Runde immer zweiter oder so He Okay es sieht ja blöd an aber irgendwie so ähnlich Passte sie eigentlich D-d-d-d-d Jump'n'Run Äh Nein nicht das Jump'n'Run Weil es gab ja mal Run oder irgendwie sowas wo man mit Ja Wo man die ganze Zeit gerannt ist ich glaub das war auch Jump'n'Run Hallo Äh Ja als ob Mann Hä gilt das immer so als kleines Checkpoint diese Dinger da oder wie Oh Gott das war richtig dumm jetzt von mir Ja ist Bom Ist schon irgendwie so ein Checkpoint immer Als ob Es ist so kacke Wenigstens ist nicht der gleiche da und dabei Oh Gott ich zitter grad ein bisschen Nein Kacke Beinah Komm Diesmal werde ich erster Oder nur zweiter Nein Ich dachte ich bin nicht aufgekommen Kacke Nein Ha 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 Dritter Male Junior Heute Z었습니다 Dritter Dritter Nee Zweimaan Und ne Zweiam people Und Ja Schöne Zahlen Ich hab' mir nie nie bessere gewünscht Nee Hab' ich mir bessere gewünscht wird als ob ich erster bindet der einsame Tod geile Name als ob der auf dem Bowser Feld gekommen wäre oder so hey wo ist denn der oder das Spiel verlassen Miniserweilge muss auch kommen Naufen ich hab ne Kiste entdeckt gilt es als Kiste schön schon mal ein Schwert Gäste ich weiß ja nie wo Kisten sind Kiste 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 Goldapfel noch eine Kiste kommen ja als ob der hinter mir erwischt hätte Arsch habe ich nicht alles ich glaub schon nee Heilungsdrang fehlt mir noch ja aber jetzt gewiss ich schon wenn ich die schon so oft erwischt haben die Opa zu Rom Alter ich kann es mal geht in der Nähe ob es noch eine Kiste mich dahinter kommt nicht hin Monopo wenn ich bin und auch irgendwie hin kann es abbauen wie soll man da hinkommen bitte ok wo war die Kiste da ist die Kiste Heilungsdank schön so komm direkt das eine Heiz bumm jo ich hab den einfach mit Fallschaden gekillt nein 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 ja man scheiß Internet oh komm was ist das denn immer an zu den ungünstigsten Momenten warum nicht dann wenn ich würfel nein im Spiel selber was total behindert ich hätte doch 100% jetzt gewonnen man hat es ja schon gesehen ey ok ich will jetzt nicht von mir zu viel sagen ist doch so den hätte ich auf jeden Fall noch locker easy gekriegt ey so ein Spaß voll fies ist halt auch weil die anderen die schlagen können aber du nicht sozusagen das ist so zum Kotzen das ist so zum Kotzen ich hoffe wir kriegen bald ein neues äh das ist das ist das ist das hier kack Internet da fuhr der einsame Tod der nahm feiern und zu tun immer noch zu tun heißt der Einziger Tod ist erst an der heilig der Einziger Tod bringen uns alle ich verbruchte noch neun oder das ist hier sehen Wolkenquist auch nö ohne da kommen seit neuesten Fragen dran die die Mann naja da muss man spieler zu spielen nicht so auf wie ich es nur wenn ich auch nicht wenn sie hat die Küche Angst und Wolf nie Katze und jetzt wieder Barg ne geht eigentlich direkt diesmal das ist fies ich bin da mal runtergesprungen aus der den Wurz unten war ich das ist geklappt aber auch haben sich so viele das ist toll Apfelsaft eins im Tod das sind so geile Namen irgendwie man fand er es vor fragen mich nicht ich als Fußball Opfer ich weiß es doch nicht ich das wäre richtig gewesen als ob das Leute es hat er sich passiert wird Fölfen angegriffen scharf natürlich auch kommen wir so liegen die so weit auseinander das hatten jetzt aber viele wenigstens das ich könnte zumindest ein jemanden zu den wenigen die am meisten bis jetzt haben wie viele Kilometer sind in etwa eine Meile das weiß ich exakt ich glaube ich Backpack schlur um müsste 1.6 wenn ich bringe ich mich um ich darf erleben ich bin immer noch drin das wird sehr knapp das noch welche erst wurde dritte in welchen einer wird der elektrische Widerstand gemessen oh Gott das ist jetzt peinlich wenn das jetzt falsch ist irgendwie fuck in was um oder wie das um okay um das muss ich ganz ehrlich sagen hab ich noch nicht so gehört wer ist Erfinder von Linux woher soll ich wissen wer der Erfinder von Linux ist ich weiß es sind die Musik gefällt mir nicht okay das ist nixens right okay das ist nixens right geil wer jetzt gewonnen ich bin echt drin nice haha geil das ist einfach nur weil sie mich mögen einfach nur deswegen haben sie mich nicht eingezogen und schon wieder eine 4 alle guten Dinge sind 4 und 2 6 der Kiege die Fieken aber dritter zweiter dritter bin ich bis jetzt immer geworden oder gar nicht also das mit dem Miniserregel das ist jetzt nicht dein Ernst das ist jetzt nicht dein Ernst drei Felder drei fucking Felder Leuchten ich bin aber noch zweiter Replikate mein Lieblingsspiel das gefällt mir für gewöhnlich gewinigt da wird zwar nicht zu viel sagen aber normalerweise gewinigt ich finde sie cool ist das ist auch schön eins eins zwei dann ein schönes Herzchen warte war es so genau dann so dann einen schönen Rand 3 2 3 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 4 4 3 4 3 hier noch mal so und er ist sie kann ich mehr hören 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 4 3 3 4 4 6 5 5 3 5 5 5 5 7 5 6 6 das ist nicht dein Ernst jetzt was ist heute mal wieder mit dem Internet falsch ja wahrscheinlich Junge vielleicht krieg ich es noch zurecht dann hier könnte ich doch noch schaffen hat mir aber wahrscheinlich viel Zeit gekostet fürcht und durch das weiße drinnen auch ein riesiger weißer wie ich bin jetzt hier ist die dringend ich will nur als Internet haben verdammt danke weil damit mit facken die Läge mit einem scheiß fetten Läge erste geworden der Läge dauert ungefähr zehn Sekunden und trotz der Scherz hat sich darstellt der nächstens ist da das der könnte okay und siehe da oder er er siehe könnte jetzt gleich sein ich dachte mir vielleicht schön gut das ist jetzt ziemlich gemischt ich glaube ich nenne die Folge einfach Internet fucking ihr scheiße Internet scheiße es kommt ja komm jetzt noch ne 5 ich einmal erst wir haben aber will ich jetzt aber richtige Zahlen haben geil 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 chillig und erste Regierungen wo die Mucke ist ganz schön leise dafür ist Minecraft ganz schön laut jetzt nur wird es noch lauter die Mucke Wohlblock Versuchung verfallen... oh nö bis der Leck bin ich tot oder ich nenn's ich weiß schon wie ich es nennen grün ist das grün das ist ekelhaftes grün das kann man nicht so schön auseinanderken wie kann man da rausfliegen ok dann bewegen wir uns halt nicht mal schauen wie oolang das gut geht what, what, what oh 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 fuck faggot Noch bin ich richtig gut drin Ja gut, aber bis jetzt habe ich auch noch nichts gewonnen Vor allem, es steht eine Sekunde Und es dauert eigentlich nochmal eine Sekunde, bis das Ganze weg ist Grün Jetzt wird es langsam bitter Also wenn du einen Block nicht direkt neben dir hast, bist du eigentlich schon tot So wie ich Ich habe die Blöcke jetzt auch neben mir So Oh nice Fuck, jetzt wird es kritisch Nein Oh geil, ich bin später aufgekommen GG, geil Ich bin einfach danach aufgekommen, Alter Nice Ich will jetzt eigentlich keine 6 würfeln, um ehrlich zu sein Ja gut, jetzt habe ich sowieso gewonnen 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 Ich habe einfach nochmal instant ne 5 gewürfelt Why not Theoretisch vier Blöcke über das Ziel hinaus Über das Ziel hinaus So hat der jetzt Nein, der arme, der hat es nicht gewonnen Also ich dachte jetzt Als ob das letzte Feld einfach ein Bowser-Feld war Das letzte Feld ist ein Bowser-Feld Wie lustig ist das denn, Alter? Ach, der kommt nicht rein Man, das war mein Feuerwerk und ich habe es nicht gesehen Okay Leute, ich würde mal sagen Die Runde habe ich echt chillig noch hinbekommen Wundert mich im Ernst jetzt Dass ich mal gewonnen habe Das passiert eigentlich relativ selten Ich hänge hier fest Aber trotzdem, wenn es euch gefallen hat Lasst eine Posi-Verwertung da Lasst vielleicht doch einen Kommentar da Ob ich das wirklich öfter bringen soll Äh Also ob es euch wirklich so gut gefällt Oder ob es einfach nur die Aufrufe sind Und Ja gut Äh, dann würde ich sagen Äh Ja, jetzt habe ich irgendwie schon alles halb gesagt Wenn es euch gefallen hat Ne, habe ich auch schon Einfach Tschüss Leute Bis zum nächsten Mal Wie ich mich immer total verspreche Tschüss